NOAAA Im Darkwood Heiligtum Bist ein... Du Willenskraft anwenscht Du Willenskraft anwenscht Du Willenskraft oberergebend Du Willenskraft unterergebend Du Willenskraft unterergebend Aber seist du? Will ich aber gar nicht anlegen Da ich ja nicht zu viel zaubere Und die Rolle wieder da geht Verpiss durch Ich will an eurer Stelle sitzen bleiben Leckt mich einfach Tschüss Ich bin weg Ballern die Fenner Tschüss Wir laufen Wir laufen definitiv durch die komplette Welt Wie es gerade aussieht Ich zeig dir die Hauptfest auf Bei dem Kackt Rehaus Ja Keine Gruppe folgt Da bin ich dabei Ich bin dann mal weg Okay Gut Lager So und am Ende dieses Weges Zeig ich euch eins Wir schauen mal was wir hier für gekauft Äh Seife 1 Der Ende ist die Aufnahme Ich glaube wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten Sir Verleidung, Waffen, Gegenstände, andere Flammenverstärkung, Kaufen, sofort Oh Gott Was wie ein Triumph in der Arena Wie warmherzig von euch Whisper am Liste Es ist mir eine Freude euch zu diensten sein zu können Du kannst hier Ich glaube wir können euch ein besonderes Angesetz Und unterbreiten, sahen. Äh, Kleidung, Kleidung, Kleidung. Was für ein Triumph in der Arreka. Jo, fertig Triumph. Das haben wir heute schon ehre gesagt, danke. Altes Kalisto. Waren wir heute schon? Genau, von der anderen Richtung. Nein, bock doch nicht. Die Steine waren das im Herzen. Aber er trifft mich. Ich bin unterm Lauf und er erwischt mich mit seinen tollen Steinen. Das ist eigentlich eh nix. Also wenn ich ihnen Hilfe, ähm. Dann bekomme ich oben irgendwie immer die Bösheitspunkte. 28 Millionen Penny. Nein, nein, nein. Ihr Rungswürdigen. Oh, sie haben Angst vor mir. Deshalb bin ich mal... Und jetzt noch auf den Kuh. Na, Grab, Grab. Hab ich in den Feldern. Waren wir auch noch gar nicht. Noch gar nicht waren wir hier. Also, haben wir jetzt eigentlich zugenommen dann in der Zwischenzeit. Grey House. Jetzt endlich das Schlossbauhaus drum. Ey, ey, ey. Du hast Messerjack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen. Aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Danke, Theresa. Sorry, Leute, ich bin ein Idiot. Wir sind... Wir sind durch die ganze Map gelaufen, weil ich angenommen habe, das... ...dass mich raus... ...dass mich raus. Nicht tot, nur geschlafen. Haben mich trotzdem begraben. Ähm... Sind durch die ganze Map gelaufen, weil ich angenommen habe, dass... ...dass... ...dass... Das ist die Greenhouse. Das ist ja... Hausmann ist. Ich will das mit den Landen machen. So, alles du im Suche. Riech. Staurig ist ja noch tit. Mit dem Schwert. Inzkraft. 10 Schlüssel, ja wir haben ja schon eine oder zwei. Normaler Part, braucht mir auch nicht. So, da ist mich aber jetzt noch interessiert was dahin im Grab ist. Wo ist denn das mit dem Durchmachen? Wo sind die Stille? Die dort schluss! Die dort schluss! Egal, so was willst du? Nicht zugelassen! Ihr braucht eine Ische! Eine Schicke! Mit Titel! Okay, erstmal richtig cool! Ihr braucht eine Ische! Angeln! Nicht Angeln! Woll! Wie er zuvor droht! Woll! Woll! Schwierige Geburt! Geschafft! Aber nicht wirklich... Selbstverschlüssel! Vielleicht nur einen dritten... Versucht euren Kanten, die die Kante noch hier! Jo! Endung! Eure Willenskliniken auf niedrigem Stand auf! Endung! Dienstkraftenergie ist mir ziemlich egal! So bei den Stellen. Da ist die Stelle. Ich will das mit der Landbahn machen. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. So. Eins. Zwei. Drei. Geht doch. Uh oh. Leute, da ist ein Geist. Ich habe Angst. Wir gehen jetzt noch kurz zu dem Grab nach hinten und schauen, was da ist. Das ist keine Ahnung. Und in den Keller gehen wir erst das nächste Mal. Ich war vor euch am Ziel. Das war ich doch, oder? Krass. Kann ich auch leuchten? Ich war vor euch am Ziel. Ich war vor euch am Ziel. Okay. Jo. Da geben wir das nächste Mal rein. Leute, ich sage wieder mal, danke fürs Zuschauen. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Ja, wissen wir. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wie gesagt, haut in die Kommentare, was ihr nach Fable sehen wollt oder generell, welches zusätzliche Let's Play und welche Videolängen und Upload-Tage ihr am besten findet. Sage ich auf jeden Fall danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.